Willkommen zurück zu einem neuen Part von SWAT 4. Wir haben hier schon ein paar Bücher. Ich mache hier noch einen Türkeil rein. Türkeil, kann ich den nicht verkeilen? Ich habe zwar Türkeile dabei, aber kann ich ihn nicht auswählen, komischerweise. Ich möchte da möglichst sicher probieren, vorzurücken. Dann gucken wir mal. Sehr gut. Bevor wir hier reingehen, möchte ich hier noch schnell ums Eck gucken. Ich gehe voraus, alle hinter mich. Verstanden, aufrücken. Alles klar. Hier nochmal spiegeln. Sofort. Was von hinten können sie uns jetzt nicht mehr belästigen. Ich habe schon einen unnötigen Hit gefressen. Hollywood lässt es krachen. Ist klar. Möchte ich wissen, was hier abgeht. Zwei unbewaffnete Personen. Sicher. Lass mich da auch mal, dass mir Ruhe ist. Sie sind mir im Weg. Wo siehst du denn hier? Siehst du denn hier? Zwei unbewaffnete Ziele. Okay. Ist das, weil ich angeschossen wurde? Ah ne. Ich bewege mich normalerweise langsam. Okay. Ähm. Hm. 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 Die Tür ist dort offen. Das ist eigentlich das, was ich, äh, dabei nicht erreichen wollte. Ne. Die sollen, sollen nachrücken. Bei mir sammeln. Ich nehme den Keil wieder mit. Weil den kann man dann später wieder einsammeln. Hinter Ihnen, Sir. Hierzu. Ich möchte hier wirklich auf Nummer sicher gehen. Ich habe schon einen Hit gefressen. Noch einen und ich bin down. Und das möchte ich nicht. Genau. Du guckst hinter uns. Seht auch, seht ihr, wie gewaltige Typen sind, hä? Die sind da relativ am Limit am Operieren. Sorry. Weil sonst jammern die da ständig. Da ist jedenfalls keiner. Und hier auch nicht. Hier ist keiner, oder? Gucken wir mal schnell. Gucken wir mal. Runter! Schreck mich nicht so. Da sind sie! Oh Gott! Erschätzt sie mich nicht! Polizei! Waffen fallen lassen! Schnappt sie! Waffen fallen lassen! Waffen fallen lassen! Geht doch! So! Ging noch mal gut! Ging noch mal gut! Ich hätte nie mit mir! Einbring Team Anzog! Verdächtige Personen gesichert und transportbereit! Roger! Ich weiß es nicht! Warum setzen sie nicht? Zivilpersonen und Sicherheit und bereits zur Evakuierung! Mach ich auch! Aber ich muss jeden fetzeln! Ne, genau das meinte ich! Der Typ hat sich einfach als, äh, als Gutmensch ausgegeben, hat dann eine Waffe gezogen. Hätte auch in die Hose... Habe ich den hier hier gar nicht gesehen hier durch. Naja, mir soll es egal sein. Guckt mal, ob hier noch was nachgerückt ist. Läuft dementsprechend mal gar nicht so schlecht. Die hat mich aber zu Tode erschränkt, die eine. Brüllt da erstmal rum. Aaaaaah! Ich habe wirklich den Schreck meines Lebens bekommen. Ja, ich bin etwas aufgekratzt. Also, vielleicht hört man das nicht, aber ich bin echt aufgeregt. Zwei unbewaffnete Personen. Ich frage mich immer, woher die zweite unbewaffnete Person hernimmt. Aber ihr seht, wir laufen halt scheiße, weil uns etwas getroffen hat. Da ist einer, den sehe ich auch noch. Wo ist denn die zweite? Ah, hier. Ja, ok. Polizei, sofort runter! Polizei, Hände hoch! Nicht schießen! Ich bin eine der Sekretärinnen! Sichert sie! Verstanden, bin dran! Polizei! Hände hoch! Runter mit der Rübe! Das soll wohl ein Scherz sein! Hinter mir! Die Hände hoch! Los doch! Das soll wohl ein Scherz sein! So was von störrisch! Hände hoch! Runter! So. Der Keller! Sie wollten in den Scherz! Kontaktpersonen hat sich ergeben! Los geht's! Fesselt sie! Wir bringen sie hier raus! Zivilpersonen befesselt! Keine Sorge! Ich hab sie! Eindringteam an Tog! Zivilpersonen für die Jungs! Eindringteam an die Sorge! Eindringteam an die Sorge! Mein Fuß ist eingepennt! Das ist weniger lustig! Sammeln und mir nach! Ok, komme zurück! Direkt dahinter! Wir haben hier viele bewaffnete, verdächtige Personen! Vorsicht! Roger, was dann bleiben! Ich hab da ein bisschen Respekt vor diesem Raum! Weil der ist wirklich Hardcore! Hier ist keiner! Eindringteam an Tog! Tog hier Eindringteam! Verletzte Zivilpersonen zur Evakuierung bereit! Tog hier Eindringteam! Wir haben hier viele bewaffnete, verdächtige Personen! Vorsicht! Roger, wachsam bleiben! Weg da! Sie behindern mich! Gas einsetzen! Sofort! Wir hatten schon zwei mit Gasmasken! Vielleicht haben wir ja Glück! Sie sind mir im Weg, Sir! Naja, nimm sie sie! Äh... Sofort! Sofort! Eindringteam an Tog! Das ist so weit! Das war mir das. Dating! Aber das ist ein gesundes müssen! Sofort! Ja. Aber ich bin so elves! Ich bin so wenig! Ich bin so weit! Ich bin so weit! Werfen! Ich bin so weit! Die Hände hoch! Los da! Die Gewinne! Runter! Ich gebe auf! Verdächtige Person hat sich ergeben. Polizei! Runter! Waffe fallen lassen und Hände hoch! Waffen fallen lassen! Den Haum sichern. Verstanden. Bin dran. Dann mal los! Polizei! Sofort runter! Sie sind in Bewegung, Jungs. Sie sind mir im Weg, Sir. Wir haben aus dem Gehen vor. Wir haben ein bisschen weg. Verdammt! Wir sind hier! Verdächtige Person kooperiert. Rückzug! Oh mein... In Position. Alles klar. Tork hier einbringt, Team. Rot. Leg den... Einbringt, Team an Tork. Das war eine verwundete Zivilperson. Oh meine Fresse. Ich glaube nicht, dass... Fesselt ihn. Bin dran, Sir. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Der ging nämlich ziemlich in die Hose, ne? Erzähl das dem BA. Verdächtige Person festgenommen. Verdächtige Person in Handschellen und Transport bereit. Fesselt diesen Idioten. Okay. Bin dran. Polizei! Sofort runter! Das ist einfach unmöglich. Ganz ehrlich. Reichen bleibt. Immer dieselbe Leier. Verdächtige Person verhaftet. Das ist einfach unmöglich. Ich bin gerade ein bisschen von mir selber enttäuscht. Das hätte ich nämlich besser gekonnt. Keine Ahnung. Verdammte Kacke. Ich bin wieder wie der erste Affe. Gleich keine Munition, ne? Und, äh, bin relativ an der Grenze meines Möglichen. Äh, ja. Drei waren das, ne? Ist ja mal noch da. Nächstes Mal. Verdächtige Person gesichert und transportbereit. Nachrücken und zum Eingreifen bereit machen. Ja, eigentlich könnten wir das schon fast vergessen. Ich hab da wieder wie der erste Affe gespielt. Und, äh, ja. Alles klar, Sir. Ist, äh, ist wirklich schwer. Also, es kommt vielleicht nicht so rüber, weil ich halt wie der erste Affe spiele. Aber, es ist wirklich nicht einfach. Vor allem, komischerweise, ich hab mir auch noch mal ein Video angeschaut zu der Mission. Und der Typ, bei dem haben die Typen kaum geballert. Da drüben! Hände hoch! Sofort! Bringen Sie mich nur hier raus! Sammeln und mir nach! Verstanden! Sind unterwegs! Möchte hier, äh, möglichst probieren, die Mission noch fertig zu kriegen. Möchte hier nachrücken! Hinter Ihnen, Sir! Schnappt sie! Runter! Hände hoch! Scheiße! Ich dachte, ich müsste sterben! Okay, da war einer. Da war einer! Schwieses! Okay. Was haben wir denn hier schönes? Können wir vernünftig reden? Ganz ruhig! Möchte hier! Ich habe eine verdächtige Person! Und da, ich bin das Mühe! Runter auf die Knie! Sofort! Kontaktperson hat sich ergeben! Verdächtige Person hat sich ergeben! Unten bleiben! Da drüben! Verdammt! Alles voll hier! Alles! Alles! CS einsetzen! Ich hab's! Verdächtige Person entdeckt! Auf den Bogen! Hände hoch! Runter! Ich will ihr Ende sehen! Sofort! Ich hab keine Waffe! Verdächtige Person kooperiert! Nimm's locker! Leg die Fesseln an! Roger! Sir! Sammeln und zum Eingreifen bereit machen! Fessel diesen Clown! Das ist nicht meine Schuld! Wir haben das rechtliche Schwein! Verdächtige Person festgenommen! Wollen Sie mir die Hände abtrennen? Wir bringen Sie hier raus! Er ist in Gewahrsam, Boss! Ich glaub es nicht! Zivilperson in Gewahrsam! Eingringteam an Tock! Hände hoch! Eingringteam an Tock! Das tun wir mal gar nichts! Eingringteam an Tock! Bereit für Evakuierung! Sammeln und mir nach! Alles klar! Wir müssen da ein bisschen aufpassen! Kann ich alles nicht verkeilen! Unter der Tür durchspiegeln! Tock hier einbringteam! Zivilperson ist verwundet, lebt aber! Rettungssanitäter informieren! Verstanden! Rettungssanitäter bereit! Okay, hier ist niemand! Vorerst! Verstehst du? Unter Spiegel nicht! Ich bin dran, Boss! Schaffe die Werkzeuge nach vorne! Ziehen Sie ihn! Keine verdächtigen Personen zu sehen! Blenden! Bewegung! Bewegung! Bin dran, Sir! Blendgranate benutzen! Verdächtige Person läuft weg! Verdächtige Person entdeckt! Lass mich in Ruhe! Polizei, feste! Hände hoch! Sofort! Entdeckung! Auf den Boden! Sofort! Ich ergeb mich! Die wollen mich hochbringen! Sie ziehen! Ganz verdammte Krass! Eingringteam an Tock! Verdächtige Person, verhaftet! Polizei, auf die Knie! Geh mal weg, da! Ihr macht mir keine Ahnung! Polizei, sofort runter! Hilfe! Es ist noch nicht vorbei! Verdächtige Personen! Höhe runter! Polizei! Waffen fallen lassen! Der Cops! Waffen fallen lassen! Polizei! Auf die Knie! Waffen fallen lassen! Polizei! Verdächtige Hände hoch! Verdächtige Person kooperiert! Die Hände hoch! Da drüben! Los doch! Das ist die Dächtigkeit! Hände hoch und auf den Turm! Ich in Ruhe, verdächtige Hände hoch! Polizei, sofort runter! Sie geben nicht auf! So, runter mit dir jetzt! Da langweilig hier! Keine schnellen Bewegungen! Ich hab's! Ich glaub das nicht! Ja, ja, klar! Verdächtige Person, verhaftet! Bin dran! So! Muss das sein? Nein! Alles wird gut! Eingringteam an Tock! Eingringteam an Tock! Sivilpersonen Sicherheit! Hände hoch! So! Haben wir alles gemeldet! Ist hier wirklich keiner drinnen? Ich weiß, es hat schon längstens geklingelt, aber ich bin gerade im Rush. Feel the Rush! Okay, hier ist... Keiner! Wenn wir noch auf die andere Seite gucken, möchte ich mir auf die Nummer sicher gehen, dass hier... ...weck ich keiner ist. Wir sind jedenfalls kurz davor, einen Meilstein zu schaffen, wo wir zwei verloren haben. Nachrücken und zum Eingreifen bereit machen! Spiegel unter der Tür checken! Tock, hier Eingringteam! Sivilperson ist verwundet, lebt ab! Eingringteam an Tock! Sivilperson am Boden aus mit dabei! Bereit für Evakuierung! Oh, es gibt keine verdächtigen Personen mehr! Niemand zu sehen! Niemand zu sehen! Gut! Haben wir das... ...geschafft? Vielleicht? Oh, sehr schön! Haben wir das geschafft? Waffen sichern! Wir rücken ab! Eieiei! Gut! Oh, wir sind sogar auf 90 Punkten! Geil! Oh, ich möchte eigentlich alle mitnehmen, aber das haben wir geschafft! Das ist ja perfekt! Nächste Mission können wir schon machen! Ist ja mal geil! Ging... Ja, ging nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber... Naja... Äh... Sind... Ich habe jetzt zwei Parts aufgenommen... Ja, das wird... Wird jetzt ein Überlänge-Part... Wenn ich das nächste Mal aufnehmen sollte... Dann kann ich dann... ...die Mission gleich so anfangen... Ja... Ja... Ich bin der Meinung... Wir fangen die nächsten Part an... Wenn ich das nächste Mal wieder aufnehme... Ich muss jetzt erstmal meinen Sieg mit mir feiern gehen... Weil... Das lief... Gegen Ende gar nicht mal so schlecht... Obwohl wir... In diesem blöden Tresorraum, wo ich euch gesagt habe... Das ist ein Nadelöhr... Hat man gesehen... Hätte... Wenn ich ein bisschen aggressiver gespielt hätte... Hätte ich die wahrscheinlich bekommen... Ohne einen zu verlieren... Aber... Naja... Man weiß das erst im Nachhinein... Okay... Dann danke ich fürs Zusehen... Wir sehen uns im nächsten Part von SWAT 4... Und bis dahin sage ich... Peace, ich bin draußen... Auf Wiedersehen...